Unsere Fahrschule Fahrwerk in Bielefeld bietet Ihnen ein breites Spektrum an Schulungsmöglichkeiten an. Der Inhaber Jens Lükemann führt ein junges Team aus kompetenten Fahrlehrern, die sich vorgenommen haben, ihren Kunden mehr als nur einfachen Fahrunterricht zu bieten. Vor allem haben sich die Mitarbeiter zur Aufgabe gesetzt, den verrufenen Theorieunterricht zu verbessern. Darüber hinaus aber bieten wir zunehmend Menschen mit Handicap die Möglichkeit, individuell eine entsprechende Fahrerlaubnis zu erwerben. Kontaktieren Sie uns gerne.